Ihr dampft's ein bisschen. Denn mal vorsichtig sein, auf den Holzdielen sind gerne die Fallen verborgen. Und ja, hier ging's einfach nur einmal im Kreis. Das heißt, wenn wir uns das so ansehen, müssen wir hier unten lang. Und ja, wie gesagt, gegen Untote bringt stinkende Wolke nichts. Ja? Weiter! Was ist los? Wenn es sein muss. Ja. Gut. Wir haben ihn schon mal angepisst. Dann tun wir mal ein bisschen was. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Ich kann nicht helfen. So schnell ich kann. Äh, du sagst Untote vertreiben, danke. Wie kann ich helfen? Ja. Dein Befehl? Brauchst du mich? Hier. Wegen die Götterwisch. Ja. Auf in den Sieg! Sag, was du von mir willst. Ich höre, wenn es sein muss. Wie kann ich helfen? Ich werde tun. Sehr gerne. So, den verpasse ich noch ein Feuerball. Du bist so gut. Dein Befehl? Wollen die Götter beschützen? Euer Ende ist nah. Vorwärts. Ich stür meine Sterne an der Klinge. So, hier wohl sind noch welche rum. Euer Leben ist verwirkt. Kommt hier, wenn ihr euch traut. Worum haben wir sofort? Ja. Ich werde dich töten. Mögen die Götter euch gnädig sein. Was? Kann ich helfen? So, der letzte Haufen. Okay, nein, da kommt noch ein ganzer Haufen. Brauchst du mich? In Ordnung. Ja? Werde Zeugen wahrer Macht. Spür meine Sterne an der Klinge. So. Ach, Level Up für Lunastra. Hm, hm. Wieder fünf Punkte jeweils in die wichtigsten. So, und dann wollte ich ihr einen Hinterkampfstil beibringen. Dass sich der da auch wirklich lohnt. Und dann. Wie kann ich helfen? Gut, jetzt ist mir wieder Heilung angesagt. Dein Befehl? Vita, Mortis, faria, ja. Weiter heim. Vita, Mortis, faria, ja. Vita, Mortis, faria, ja. So, jetzt sind sie einigermaßen wieder gesund. Die lassen auch nichts Gescheites liegen, die Skelett-Lieutenants da. Ich höre. Ist das alles? Hm. So, der kalte Gruftschrecken, der kann ruhig herkommen. Was, was du von mir mögen, die Götter mich schützen. Einer von denen ist hablos. Vorwärts. Was? So soll es geschehen. Aber man ist so richtig hablos. Hablos. Ja, ich merke gerade, wir sind am unteren Teil. Wie kann ich helfen? Was ist? Ich tue's. Mal gucken, es sind hier Fallen versteckt. Dein Befehl vorwärts. Woran hast du gedacht? Mit Vergnügen. Okay, ja. Hier geht's nicht weiter. Das heißt, wenn wir uns das so ansehen können, nur hier oben weiter. Hier haben wir ja alles. Und irgendwo müssen wir auch über den... Fluss kommen. Ich höre, wenn es sein muss. Okay, ja. Hier geht's über den Fluss. Hier sind noch zwei gesprengte Skelette. Erstmal die ausschalten. Sag, was du von mir willst. In Ordnung. Was? Und da ist jemand in eine Falle getreten, die wir nicht gesehen haben. Mit Vergnügen. Bereit zu neuen Taten. Ach, du bist jetzt krank. Das ist auch... Wie kann ich helfen? Äh... Krankheit heilen. So. Was ist los? In Ordnung. Ja, was hast du auf der anderen Seite der Brücke? Okay. Okay. Ist das alles, was er da hat? Ein kalter Gruftschrecken, oder... Dein Befehl? Kommt jetzt eine böse Überraschung. Gewiss. Ja, sofort. Ihr und euer scheußiger, unheiliger Glaube werdet jetzt ein schreckliches Ende finden, Paladin. Bettelt nicht um Gnade, wenn mein Gift euch zerfrisst. Eure Worte haben für mich keine Bedeutung, Kekse. Der Glaube ist meine Rüstung. Und den Willen meines Gottes zu tun, ist das, was das Blut durch mein Herz pumpt. So soll es sein. Ihr werdet es bereuen, wie es alle Hunde tun, die einem verkrüppelten Herrn blinde den Tod folgen. Sag, was du von mir willst. Vorwärts! Sieg! Weiter! So, okay. Woran hast du gedacht? Ich tue es. Was auch über das... Au. Ja, der... war mir zu heftig. Und ich wusste doch, an dieser Brücke war eine Falle. Ein Tod über Schädel und kleinen Knochen. Mhm. Ein Tod über Schädel und kleinen Knochen. Wie kann ich weiter? Was ist los? So soll es geschehen. Oh. Ja, das wird wohl sie sein. Und ab hier sind es Gift-Zombies. Okay. Wie kann ich helfen? Weiter! Was, wenn es sein muss? Ignorieren wir es hier erst einmal einfach. Dein Befehl? Euer Ender ist nah! Töpig werden müssen. Weiter! Ja. Es soll geschehen. Was ist los? Ich tue es. Okay, wo war die Falle? Okay. Bereit zu neun mit deiner Erlaubnis. Sag, was du in Ordnung hast. Oh. Worum handeln Sie sich? Okay, wir können nicht einfach so an ihr vorbeilaufen. Das mag sie nämlich gar nicht gerne. Wie kann ich helfen? Es soll geschehen. Was? Kann ich helfen? Natürlich. Was ist los? Ich tue es. Wie kann... Sicher. Nein. Nein, 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 nein. Also, den Kampf brauchen wir sogar nicht versuchen. Äh. Ich glaube, für euch habe ich gerade auch keine Lust. Kann ich helfen? Das macht mir nichts aus. Ich glaube, sie kommen.